Wenn wir irgendwie auf eine Schnellstraße kommen, mache ich Dampf auf, okay? Ich hasse Schnellstraßen auch und ich habe sie schon immer gehasst. Hör auf, dich aufzuregen. Soll ich vielleicht anfangen zu jubeln oder was? Hör einfach nur auf, die Dinge immer so negativ zu sehen. Ich will ein bisschen konstruktive Kritik hören. Du allein hast uns hier auf den Parkplatz gefahren. Jetzt wirst du uns auch wieder unterbauen. Ach so, du willst runter von dem Parkplatz? Okay. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Ja, haben Sie auch einen Miss-Piggy? Da vorne gibt es Hamburger. Ja, hier ist reichlich Platz zum Autofahren. Disco-Modern und Haarschnitten. Ja. Baby-Bekleidung. Unheimlich, was? Hier gibt es alles. Der neue Holzmobil ist dieses Jahr früh rausgekommen. Pier 1 Importe. Ja, hier ist er. Ja, hier ist er. Ja, hier ist er. Ja, hier ist er. Die haben eine schöne Uhr kaputt gemacht.